Damit kommt zurück zur Ritzsiebe. Wir haben echt viel Munition dieses Mal, glaube ich. Sieht gut aus, dass wir eine Kugel im Lauf haben. Ist auf Einzelfall gestellt. Ich mach mal vorsichtshalber so. Okay, wir haben echt gut Munition. Schön schön. Vielleicht könnte das was mehr werden. Mich fackt es echt ab. Während mit den Tapes hört man nicht so viel vom Spiel, weil sonst höre ich dieses Gedreh von den Turrets und das Rumgefliege von den Fliegeldingern. Ich denke, wir sind tot. Das wird solch ein Scheißraum hier. Die Räume kennen halt prinzipiell in jeder Form spawnen. Ich glaube, um das Spiel durchzuspielen, gehört einfach auch eine gehörige Portion Glück dazu. Aber darf es ja ruhig auch. Hallo. Ich bin es, der Fisch. Das ist mit Freddys Worten zu sagen. Hier ist es verdammt ruhig, oder? Treppen hoch und runter ist auch nicht so. Holy shit, Alter. Okay, ist gut. Wieso höre ich das Gedreh nicht? Guck mal, ich höre das Gedreh immer noch nicht. Ich hoffe, das machen sie Receiver 2 besser. Dass man das Gedreh jetzt zuverlässiger hört. Das ist echt nicht gut gemacht. Ich verlasse mich ins Spiel und sehr sehr gerne auf meine Ohren, weil ich eigentlich ganz gute Ohren habe. Und da ist das erste Tape. Das hätte ich gerne. Das ist okay. Kann man das irgendwie überspringen? Ich glaube nicht. Man könnte es natürlich einfach leise stellen. Dein Sub-Konscience-Mind hat sich durch gefährliche, addiktive Medien gebrochen. Aber wir hatten ja noch nicht, Alter. Wir werden deine Ohren verletzten, indem wir deine Ohren verletzten, indem wir deine Ohren verletzten, um ihre Verletzten zu deinen Vorteilen. Mit den korrechten externen Begriffen, der ClearTape gibt es einen Weg, um die Symptome der Medienverletzten zu verletzten. Du hast eine ClearTape gebrochen, aber die Tape in deinem Tape-Deck und klickst. Okay. Okay. Ach Junge. Danke, dass du zu Ende bist. Ich mach mal kurz... So. Dass man die über so geringe Distanz hört, ist echt dumm. Weil die sind eigentlich echt laut. Nase juckt. Aber man darf echt nicht so viel paniken. Alter Schwede. Wenn man panikt, ist man tot. Außer man hat sehr, sehr viel Glück. Dann ist man nicht tot, aber... Da braucht man schon sehr viel Glück für. Eigentlich immer ganz entspannt, mal so in die Räume rein luschern. Dann wird das schon. Warum ist dieser Raum komplett leer? Das gefällt mir nicht. Ich glaub, wenn man hier das Field of View verändern könnte, wär das Spiel auch gar nicht so schwer. Weil man dann einfach viel größeres Field of View... Wäre, glaub ich, Instant Win tatsächlich. Ich höre im nächsten Raum auf jeden Fall schon mal Vlies. Ich nur reg' grad komplett, ob da oben da irgendwo geschützt ist, ne? Gut, wir gucken uns aber erstmal den Raum hier von oben an. Das ist eine Kugel, danke für gar nichts. Prendi hatte neulich mal kommentiert, dass... Also nicht, er hat's kommentiert, sondern er hat in seinem Part gesagt, dass V ja hier Auto und nicht Auto ist. Anstatt, ähm, Safety. Das ist halt so, weil ne Glock keinen Safety-Schalter hat. Also sie hat keine Safety-Stellung. Ne Glock hat die Sicherung im Abzug. Hier ist das Tape. Ich weiß nicht genau, wie interessant das mit den Tapes noch für euch ist. Ich denke gar nicht. Freddy hat da auch sehr schnell drüber gerabert. Ich kann mich halt nicht so gut konzentrieren, wenn die Dinger laufen. Kann ich? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Wenn ich nicht muss. kurz so angemerkt. Upsi. Ich hab jedes Mal Angst, wenn ich irgendwo reinbugge, dass ich gleich sterbe. Oder halt einfach nicht mehr mich bewegen kann. Das hatte ich auch schon zweimal. Wir haben sechs Minuten und zwei Tapes. Das ist schon neuer Rekord, wa? Ich lauf hier mal kurz rum. Das ist übrigens eine der dümmsten Lauffunktionen, die ich jemals gesehen habe. Ich meine, ich habe jetzt nicht so ne Probleme damit wie Freddy. Der hat die ja quasi gar nicht genutzt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich tot bin. Genau. Von hier kam ich ja. Da habe ich den da drüben noch weggehauen. Darüber springen tue ich nicht, weil er mich tot. Safe. Aber wir gehen mal hier unten weiter. Würde ich sagen. Oder war hier auch irgendwas, weswegen ich nicht weiter gegangen bin. Ich glaube, boah ist das hier dunkel. Da sind Kugeln. Ziemlich viele sogar. Habe ich eigentlich volles Magazin? Ja, habe ich. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte es so machen, danke. Okay, Lampe lassen wir doch erstmal hier kurz an. Alter, so viel Munition, wir krepieren gleich hundertprozentig. Da oben steht ein Geschütz, was mir schon mal nicht gefallen mag. Das ist nicht kaputt, okay. Hätte ich gesagt erwartet, dass es kaputt ist. Ich glaube, jetzt ist es kaputt. Da ist noch eins, okay. Da ist noch eins, okay. Ist auch im Arsch. Nein. Okay. Ich habe mich gerade wieder von dem, der erschreckt, was aber kaputt ist zum Glück. Junge, 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 ey. Das Spiel schert Paranoia, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Darf ich daran vorbeigehen ohne drauf zu gehen? Den Raum haben wir eben schon reingeschossen. Von der anderen Seite aus. Ich will nur gucken, ob hier Tapes drin liegen. Nicht, dass wir hier ein Tape übersehen, was free wäre, aber das wäre halt wirklich free, ne? Wie bei uns müssten irgendwelche Gegner-Typen sein, ich höre zumindest was. Bin mir auf die Distanz immer nicht ganz sicher, was ich höre. Gut, hier ist so ein offener. Links von uns ist ein Gerät, das höre ich. Da ist glaube ich auch nochmal eins. Ja, dann sage ich ja. Werde ich weiter. Ist das nicht kaputt? Jetzt kaputt. Richtig. Gut, oben ist auch nicht. Erstmal nachladen. Auf jeden Fall sehr viel Munition, was mir sehr gut gefällt. Wir haben schon 10 Minuten jetzt. 10 Minuten zwei Tapes. Das ist kein neuer Rekord auf jeden Fall. Da haben wir jetzt in vier Minuten keinen Tape gemacht, ne? Das ist echt traurig. Traurig. Ich habe irgendwoher Munition aufgehoben. Das Spiel ist unglaublich laut. Die Mucke hätten sie echt ein bisschen besser balancen können. Meiner Meinung nach. Oh, ja. Nein! Nein! If you listen to that tape 100 times, you may notice a difference in how you feel. If you listen to the tape 1,000 times, you will be transformed. Und wenn du das Tape ein Millionen Mal hörst, dann wirst du mehr als ein Mensch werden. Ein wunderschöner Receiver. Wenn du so viele Tape wie du kannst, hörst du sie so oft wie du kannst. Willst du mich verarschen, Diggi? Ich glaube, das kann schon nicht mehr schießen, weil sonst hat es mich, glaube ich, schon abgeknallt. Alter! Danke! Da habe ich knapp daneben geschossen. Leck mich im... Das hat richtig Munizierung gekostet jetzt gerade, so. Erstmal... Oh, Junge, das hat Munizierung gekostet. Leck mich im Arsch! Unter uns ist super gefährlich. Haben wir ja eben gesehen. Von daher versuche ich natürlich daran vorbeizukommen. Nicht paniken, ne? Geness! Ganz schlecht. Weil dann Munition fast leer. Aber ihr lebt! LOL! Ich gehe jetzt zu schnell davon aus, dass das Ding das nicht überlebt. Ich gehe jetzt zu schnell davon aus, dass das Ding das nicht überlebt. Ich dachte gerade fünfmal... Oh ja, aber ist ja hin, das Ding. Das Ding habe ich nicht mehr getroffen gehabt. Ah! Boah! Ja, das ist hier rechts, direkt um die Ecke. Ich seh die Dinger halt meistens nicht mal. Die sind nicht so meine Favorite-Gegner. Und inzwischen wird es echt knapp mit der Moon. Oder mit der Ammo. Ich sag mal so, 9mm wechselt auch nicht auf Boy-Me, wobei... Holy Guacamole, Alter, dass ich das überhaupt überlebt habe. Well, lucky as fuck. Shit. Ich brauche keinen Moment, um meine Firearm zu finden, danke. Some of you will be familiar with firearms from our training camp. But more recent receivers will have focused on mind tech in order to survive the mind kill event. In either case, please take a moment to confirm that the firearm you have been issued is in working order and contains one full magazine. You have also been issued one tape deck with headphones and two AAA batteries. Once you have checked your equipment, leave the safe cell. Keep moving and be careful. The threat will have dreamed kill drones near your location. Aha, aha, aha. Okay. Ich zähle tatsächlich gar nicht meine Munition. Ich lade einmal nach jedem Fight nach. Freddy zählt zum Beispiel irgendwie durchgehend seine Munition, ne? Man hat ja, also zum Beispiel Glock hat jetzt 18 Schuss vorweg. Dann zählt er halt mit nach jedem Schuss 17, 16, 15. Viel zu anstrengend. Wir haben keine 19A1, danke. M19A1. Dann können Sie be discharged using the trigger marked LMB in your manual. All firearms are extremely dangerous. Engage the safety, see figure V, and holster it in tilde fashion for your protection. Figure E shows the correct procedure for ejecting the magazine, also shown as the technique for dropping the magazine for a faster reload. Z shows how to handle various aspects of reloading. When the weapon is loaded, the weapon can be chambered by the slide marked R. The hammer marked F in the diagram can be cocked manually. Correct aiming can be executed in two ways. Image RMB shows the primary method, while Image Q shows an alternate method that may work better for some people. Extra magazines can be stored in your harness. The pockets are shown labeled 1 through 10. Finally, Diagram G shows the correct procedure for retrieving weapons from the ground while armed. While this is the standard for operation, keep in mind that ultimate machines make that some individuals better. Yonne! Verreck! Es war verfickt viel Munition, was ich da verschossen hab. Dahinter steht noch eins, ich krieg Kotzreiz, ey. Ja, der sieht mich durch den Tisch, ist klar. Das Ding ist halt immer noch nicht im Arsch, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, das wollte ich nicht, ich wollte es so machen. Junge! Wie viele waren jetzt drin? Eins, zwei, drei, vier Stück! Fünf! Naja, fünf Stück in der Wohnung! Willst du mich nicht verarschen, ey? Sechs! Alter! Ich habe keine Munition für so eine Scheiße! Ja, gib mir am besten eine. Zwei waren das, danke. Leck mich am Zückgalli, Alter! Nein! Ach, Junge, ey! Das war so fucking nutzlos. Wir haben fünf Tapes immer noch nur. Nach 20 Minuten, fünf Tapes. Quote ist nicht so gut, muss ich sagen. Das Gelände hier war ein bisschen gefährlich. Da schwebte eben eine schon in der Luft. Da. Ich weiß halt nur leider nicht ganz genau, wo. Jetzt weiß ich wo, danke. Hallo! Ich habe... Ich kann doch gar nicht rennen mit der Waffe in der Hand. Achso, ich habe die Waffe nicht in der Hand. Da springe ich nicht drauf. Nicht für eine Patrona. Da hatte ich auch echt Angst runterzufallen. Ich glaube sowas hat Freddy auch gar nicht gemacht. Also irgendwo rüberspringen oder so. Da ist eins. Das können wir relativ safe wieder ausschalten. Das wissen wir ja schon. Da ist noch eins. Das ist in den Arsch. Das ist auch in den Arsch. Da ist noch eins. Das ist auch in den Arsch. Und das auch in den Arsch. Okay. Jetzt habe ich wirklich Munitionsprobleme. Möchte ich mal kurz anmerken. Jetzt bin ich leer. Also ich habe einen Schuss zum Nahthand oder so. Guck nach oben drauf, ob da was ist. Nein, natürlich nicht. Okay, dann lade ich mal ganz kurz nach. Ja, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Schuss haben wir. Kann man relativ einfach merken. Man hat drei oben in den Kammern drin. Dann hat man zwei, vier, sechs, acht, neun, zehn, elf. Also diese Punkte im Magazin sind ja immer zwei Schuss und man hat drei oben drüber. Das habe ich bei Freddy schon gewusst. Ich wollte es auch mal kommentieren, aber es hätte Freddy auch nichts gebracht. Freddy hat ja durchgehend gezählt, halt einfach. Da liegt Ammo. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gib mal her. So, jetzt haben wir 15. Wenn ich mich täusche. Wir könnten 16 haben, aber wir könnten auch tot sein für die 16. Alter Schwede, ey. Natürlich wieder hinter dem Tisch, ey. Hinter dem Tisch ist das Schlimmste. Vor allem an der Kante hat er mich jetzt nicht gesehen. Ja, glaube ich echt, die wollen mich verarschen. Da waren drei Schuss. Oh Gott, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Freddy es geschafft hat, das Spiel durchzuspielen, weil er hat ja nicht so übermäßig lange aufgenommen. Ich glaube, er hatte einfach... Ich glaube, der Part war länger und er hatte übermäßig Glück, dass er viele Tapes gleichzeitig gefunden hat. Und das weiß ich auf jeden Fall. Weil er hat ganz am Ende halt einfach drei oder vier Tapes in einem Raum gefunden. Meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich will jetzt nicht wetten. Er hat schon relativ viele Tapes in einem Raum gefunden. Drei oder vier, meine ich. Pfff, alter Schwede, ey. Aufnahme geht tatsächlich relativ lange schon. Bei 23 Minuten gleich. Haben auch schon wieder eine Stunde lang kein Tape gefunden. Dann. Danke. Großer Tape-Gott. Danke. Und gut. Es ist eine Gefahr an alle auf deinem Planeten und sie haben deine Geheimdienste durch ihre Medien verbreitet, die ihre naturalen Gefahren reduzieren. Der kommende Attack ist unabhängig. Alles, was wir tun können, ist uns vorbereiten. Vielleicht gar nichts? Hier ist nichts in dem Raum, ey. Ich lauf mal hier zwischendurch. Und dass Freddy doch recht hat, denn die Dinger gerne mal in irgendwas reinbuggen. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Entspannend, ne? Entspannend, ne? Ja. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt schon überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nur, dass da jetzt Ende war. Mit weitergehen. Ich weiß ehrlich gesagt schon überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nur, dass da jetzt Ende war. Und ich weiß, dass wir von hier irgendwo kommen. Ich weiß, dass der Part fucking lang ist auf jeden Fall schon. Aber ein live. Ich hör hier auf jeden Fall Gegners. Okay, das ist grad nachgespott. Hier sind wir hochgekommen. Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Nein! Ach, shit! Gott, die Dinger sind so übertrieben zum Kotzen. Okay. Guter Part. Sieben Tabs? Oder acht sogar? Ich glaube sieben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss! Tschüss!